Was macht es eigentlich aus, bei Bella Flora zu arbeiten? Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist jeden Tag mit super netten, fachkundigen Kollegen zusammenzuarbeiten, die im Grunde mit Begeisterung Ideen umsetzen. Mein Name ist André Frizzino. Ich bin 44 Jahre alt, wohne in Bamberg und arbeite bei Bella Flora im Grunde seit 2004, seit es die Firma gibt. Und von Beruf bin ich eigentlich Kaufmann, bin aber, seit ich hier bin, im Grunde auch Landschaftsgärtner und über den Beruf mit viel Leidenschaft und Spaß aus. Derzeit beschäftigen wir 13 Mitarbeiter, alles auf ihrem Fachgebiet gelernte Landschaftsgärtner oder anderweitig fachkundig, um kleine bis große Gärten zuverlässig auszuführen. Bella Flora versucht die Mitarbeiter permanent weiterzubringen, sodass sie immer auf dem neuesten Stand der Technik sind. Wir bieten einen sehr, sehr umfassenden Service und das alles auf einem sehr hohen Niveau. Ein guter Garten- und Landschaftsbauer braucht vor allen Dingen Spaß in seiner Arbeit. Er braucht die Motivation, jeden Tag aufzustehen und sein Bestes zu geben, um sie als Kunden von Tag zu Tag neu zu begeistern. Und daran haben die Jungs natürlich im Team auch ihre allergrößte Freude. Ganz wichtig, vor allen Dingen auch meine Aufgabe und die von Herrn Meier ist, die Jungs tagtäglich zu begeistern, dass sie einfach miteinander gut zusammenarbeiten. Auch Herr Meier ist von Beginn an im Unternehmen dabei, hat am Anfang auch kräftig Hand angelegt und ist im Grunde das Herz der Firma. Er ist der Praktiker und wir beide als Team ergänzen uns hervorragend, weil er wahnsinnig viel Erfahrung hat, ganz viel mitgeben kann und deswegen ist es ganz wichtig, dass auch er dabei ist im Team. Die Mitarbeiter der BayWaar knien sich tagtäglich rein, um im Grunde unsere Baustellen mit am Laufen zu halten. Das ist das, was wir an der BayWaar schätzen. Wir haben ganz, ganz viele und vor allen Dingen nette Kunden, die schon auch fürs nächste Jahr signalisiert haben, dass wir uns gerne den Garten anlegen möchten. Aus dem Grund können wir nur optimistisch in die Zukunft blicken und freuen uns auf alles, was da kommt und auf jedes neue Projekt, wo wir wieder eine Herausforderung finden müssen, um eine gute Anlage zu gestalten. aus dem Grunde Untertitelung des ZDF, 2020